Die Börse Stuttgart hat ein neues Segment gegründet, Bond M heißt das Baby und damit soll die Finanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen erleichtert werden. Auch die Windreich AG wird dabei sein und ich freue mich sehr, Dr. Walter Döring, den Aufsichtsratsvorsitzenden hier in Stuttgart bei uns zu begrüßen. Herr Döring, man hat immer wieder gehört, dass Sie die Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen mit der Finanzkrise verschärft haben. Können Sie diese Sachen bestätigen? Ja, das müssen wir von Seiten der Windreich AG auch bestätigen. Das hängt sich ja einmal damit zusammen, dass die Finanzkrise insgesamt den Banken die Finanzierung vor allen Dingen von hoch innovativen, völlig neuen Unternehmungen etwas erschwert hat. Wir sind erfreulicherweise mit der Windreich AG sehr innovativ. Wir machen Windparks in der deutschen Nordsee. Das sind auch gleich anderthalb Milliarden Euro Volumen pro Windpark. Da tun sich die Banken nicht nur in Deutschland, sondern quer durch Europa sehr schwer und deswegen ist außerordentlich notwendig und sehr hilfreich, dass wir mit der Stuttgarter Börse hier ein neues Segment haben, was uns mit Sicherheit helfen wird. Welche Finanzierungsinstrumente haben Sie dann in den letzten Monaten denn genutzt? Ja, die üblichen natürlich einmal aus den Gesellschafterkreisen heraus. Wir haben sehr potente, sehr starke Gesellschafter, die in den großen Stadtwerken zu finden sind. Wir haben auch Private, der Initiator und Hauptinvestor ist ein privater Unternehmer, Herr Balz hier aus der Region Stuttgart. Und es kommt natürlich auch hinzu, der gesamte Bankenbereich, also der ganz traditionelle Bereich, aber er reicht eben nicht aus, wenn man so hoch innovativ in neue Felder vordringt, wie wir das von der Windreich AG gewohnt sind. Da sind wir manchmal innovativer, schneller, rascher, typisch mittelständisch etwas vor den anderen und da kommen die Banken manchmal nicht so mit. Ja, Bond M haben Sie gerade schon erwähnt. Welche Vorteile ergeben sich denn aus Ihrer Sicht? Bond M ist ein fantastisches Instrument, gerade für den Mittelstand, wenn es darum geht, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einmal hilft es natürlich bei der Finanzierung, dass wir bei Bond M mitmachen dürfen. Zum anderen zwingt es uns auch dazu, höchst seriös zu arbeiten, Reporting zu machen, all die Dinge, die die Börse ganz selbstverständlich erfordert. Es erhöht unsere Visibilität, wie man es sagt, es erhöht unseren Bekanntheitsgrad und deswegen kann ich nur sagen, Bond M für uns wie geschaffen, aber ich glaube auch die Windreich AG geschaffen für Bond M. Auch wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie dabei sind und vielen Dank für das kleine Interview. Gerne.